Liebe Freunde der Winteruniversiade, jetzt sind wir im Jahr 2021 angekommen. Das Jahr, das wir so lange darauf eingeschafft haben. Dank der guten Zusammenarbeit mit den Kantonen, dank auch unseren vielen Partnern, dürfen wir zuversichtlich in dieses Jahr eingehen. Und dafür möchte ich allen ganz herzlich danken. Die Pandemie hat uns zwar immer noch im Griff, aber ich denke, wir dürfen zuversichtlich sein, dass wir im Dezember dann bereit sind. Parat für ein unvergessliches Sportfestival hier in der Zentralschweiz und in der Lenzer Heide. Heute Nachmittag sind wir etwas rumhören, wie bekannt ist eigentlich die Winteruniversiade hier bei uns in der Bevölkerung. in der Schweiz. Es läuft schon vorne, das habe ich noch nie gehört. Von dem habe ich mal gehört, dass eine Olympiade stattfinden sollte, für Jugendliche glaube ich. Keine Ahnung. Ich würde sagen, etwas Weihnachtliches oder ein Fest. In diesem Fall Universiade. Also ist dort eine Eröffnung. Ich denke, mit dem Stern hier könnte es sich vielleicht um die Winteruniversiade handeln. Universiade heisst, dass verschiedene Universitäten zusammenkommen und dass es so eine Art Olympiade ist, aber dass es mehr so ein Plauschfaktor oder Spassfaktor im Vordergrund steht. Ich nehme an, Skifahren, Sport, Langlauf. Ich glaube, es ist etwas wie die normale Olympiade. Einfach mit jungen Leuten, mit Studenten und so weiter. Ich finde das cool. Ich finde das immer gut. Es ist auch wert für Luzernien oder die Schweiz. Ich finde es auch gut. Junge Studenten, ich finde das sehr gut. Ich war früher auch noch jung und Studentinnen auch. Und ich habe immer wahnsinnig gerne Sport treiben. Und man muss das bewusst machen, wenn sana in corpore sano. Das wissen Sie. Im gesunden Körper, im gesunden Geist. Also grundsätzlich ist das natürlich gut für Luzern. Ich meine, Luzern spricht vom Tourismus und den Bekenntheitsgrad. Und jetzt mit dieser Flautern machst du schon etwas in der Leiden. Durch mich. Mega gut. Also allgemein, wenn so Anlässt stattfindet, wo verschiedene Nationen zusammenkommen und wo so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl gepflegt wird. Das finde ich super. Also ich hoffe mega, dass es durchführen. Wirklich. 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 Wirklich.